Hallo Leute, wir sind heute auf dem jungen Bauernhof. Zu entdecken gibt's ja vieles für klein und groß. Chau! Wir spielen heute in Egglesfuck. Heute ist ganz lustig. Also eigentlich dachte ich so vor Monat noch, das wird einer der gechilltesten Gigs dieser Runde. Halisatur, aber es ist zu einem der pikantesten Gigs geworden. Also es geht darum, letztes Jahr habe ich da Anti-Penis gespielt. Und vor ein paar anderen Jahren Kirchenlied. Ich hab doch bloß'n Penis. Oh mein Gott, er hat Penis gesagt. Ein bisschen Spaß braucht er auch. Und da sind Eltern da, die das gar nicht, gar nicht gut finden. So überhaupt nicht. Ich bin ne Jugendgefährde und so. Ich will Kinder hören Bushido und so. Ich bin ne Jugendgefährde. Im Endeffekt so, mich berührt das nicht, persönlich nicht. Weil meine Mutter jetzt am Fernseher sitzt und sie weiß, dass alles okay ist. Ähm. Hm. Ja, das ist, das ist, aber der Veranstalter war nicht so doof und hat doch zugelassen, dass wir heute spielen hier in Egglesbach. Ach, danke, lieber Uwe. Halleluja. Und? Ja. Aber halt, als die Flyer gemacht worden sind, da durfte mein Name nicht drauf. Ich steh da heute als und Gäste. Ach, aber die Presse hat's wiederum mitgekriegt. Das macht die ganze Sache ziemlich spannend. Aber ich bin irgendwie in so einer... Ich bin auch immer sehr gechillt vom Burgherzberg-Festival. Ich komme ja gerade daher. Ich bin in so einer sehr lustigen, kindischen Schabernack-Stimmung. Also... Ich nehme das irgendwie alles nicht so ernst und werde einfach meinen Spaß haben und sehen, was passiert. Und jetzt bellt Keile! Wir machen Licht kaputt! Wir machen Licht kaputt! Wir machen Licht kaputt! 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 Guten Tag! Wir sind auf dem Weg nach Egglesbach. Und wir haben die Bahn gepasst. Ja! Und müssen jetzt voll das Spezialkunstwerk anlegen. Genau! Aber die nächste Bahn nur in einer halben Stunde fährt, weil dann Scheiße und Faust nicht auf die Reihe kriegen. Ja! Und wir müssen jetzt eine Regionalbahn nehmen! Oder von einem langen Taxi nach Egglesbach nehmen! Aber das wird geil! Und Gäste fähren mit einem Taxi rein! Nur und Gäste kennen das! Wir sind die Kufen, wenn wir Kufen, wenn wir durch die Citydüse! Wir sind die Kufen, wenn die Süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen! Und das ist ein Matcha-Frappuccino! Ja, ist ziemlich gut! Yey! Oder Clemens übrigens! Der hat... Der hat ein Teil von Fick doch den Nickel 3 auf der Fingerspitze gespielt! Und dann war es dicht und dann nichts mehr davon weiß! Und es ist ein Fado-Masophisches Spiel zwischen dir und deinem Kopf! Es ist ein tragischer Tod, der verbundenen Menschen endet! Aber ich sag mal so! Statistiken zeigen, dass ungefähr 99% alle leben mit dem Todenden! Das ist eine tragische Bilanz, die möchte ich gerne mal heute in den Raum stellen, einfach so! Ich denke auch, dass es heute Abend wichtig ist! Und ich finde auch, dass Religionen generell, gerade unter Beachtung, solche Aspekte mal ein bisschen genau unter die Lupe genommen werden! Also wenn jemand Syphilist ist, ja? Syphilister nenne ich ihn mal, ja? Alles! Und da wären wir nun im Egelsbach! Ich war doch schon mal in Egelsbach! Ja? Ja, ja! Ja? Oh, mein T-Shirt passt heute Abend! Ich war immer wegen einer Frau hier, aber da hab ich noch beantwortet gewonnen! Ja! Sagt du bescheide Sachen, wie Frauen macht! Ficken macht Spaß! 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 Da wären wir auch! Riesenpublikum! Ja! Ja! Und die anderen Leute wissen es nicht.